so leute wir haben jetzt alles eingesammelt was hier war genau rüber zu unserem heli den wir da hinten abgestellt haben wo wir schwimmen einmal ins kühle nassiert wenn er hinter mir ein bisschen geld wird noch keine sorgen oder braun wird braun ist er braun ja dann war nicht so geplant hat sich hier schlürf ich bin drum herum geschwommen keine ahnung so los geht's Ja, Leute, das Ende dieser Story naht so langsam. Oh, da links, rechts, äh, links, Drohnen, bleib rechts. Fertig, diese Drohnen. Ja, dieser ersten Episode, aber dann kommen ja noch zwei Episoden, ne? Nicht vergessen. Äh, das ist ne Drohnenabschlussbasis. War unten auf dem Landebaden, startbar ne Liede Drohne. Ja. Wo soll ich landen? Vor der Drohne. Jo. Fahre ich. Kann ich auch abschießen, wenn ihr wollt. Aber ich weiß nicht, wir wollen ja nicht unbedingt sofort auffallen. Boah, sie fliegen richtig elegant. Was sind diese Asaldrohnen? Asaldrohnen. Asal, Asal. Was hat denn jetzt? Was hat denn jetzt? Keine Ahnung, was das jetzt war. Was macht ihr denn da? Was macht ihr denn da? Keine Ahnung, was das jetzt war. Boah, Ports und Jens, sage mal. Ja. Ähm. Äh, Autos. Drohne. Das ist ein Auto. Ich wundere mich nur, die merken natürlich nichts davon, natürlich. Das ist ja einfach. Alarmtyp. Das ist doch einfach. Das ist doch einfach. Ist auch noch mal was anderes da drauf? Alarmtyp. Wir sollten hier vielleicht nicht unbedingt bleiben. Da kommen uns zwei entgegen auf die Landebahn. Genau. Okay. Gehen uns noch nicht noch. Könnten wir aber jetzt erledigen, ne? Ähm. Da kommt eine Drohne, glaube ich, ne? Ja. Da fliegt eine Drohne rein. Wollt ihr die Drohne abschießen? Weiß ich nicht. Ist das eine gute Idee? Psst. 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 Alarmtyp. Ich bin we Alan. Ich muss die Stellung wegschlienden. Psst. 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 Odes weg. Ist das hier? Habts das auf die Berechnolen? Wie die sind da? Psst. Psst. Hört mich vielleicht mal weg. Oh. Oh, oh, nicht schon wieder. Drohne, mach die Drohne weg. Ähm, das ist unser Problem. Ich bin down. Ab ins Wasser. Ich bin schon im Wasser. Wo bist du? Ich kann den Finci. Finci? Ja. Warte mal, nichts machen. Alles gut? Oh, komm weg da. Warum? Oh. Oh, jetzt bin ich down. Ich habe mich an der Holen schnell. Ja, ich mache schon. Ich habe jetzt ein Salto gemacht. Scheiße, ich muss hier weg. Ich komme ins Wasser. Komm hier ins Wasser rein. Okay, wir sind jetzt noch ein bisschen beschäftigt. Ich gehe wieder hin. Oh, jetzt komm da rein. Bis zum Winter. Ja, da bin ich in der Natur. Oh! Ich habe jetzt schon gef farther rein. Oh, ich bin in der Natur. ein taucher der nichts taucht taucht nichts wir würden dass ein taucher der nicht taucht taucht nicht so leutnant von leuten bevor sein dort nicht er zu leuten bis den leuten dass von leuten seinen leuten das leuten gefahrt oder was beruhigen sich ja gleich glaube ich hoffe ich okidoki alles hat sich beruhigt aber wie kommt der da raus ich komme nicht raus jetzt geht es in einer einzigen stelle holen uns mal den eyecatcher die läuft mir alles ins auge da ist noch ein dicker oder ist da hinten hier und ist das geld kiste nehmen wir uns erst die vom tor ja noch mal los da muss aber das geschützt weg machen das sind rohnenpilot aber auch pilot und dran hier aber das geschützt hier und die typen weg machen und schnell her einer da brauchst du nicht ich hätte hier das ding ich mache schon genau nehmen wir mitnehmen von der straße oder den anderen typen legen wir ins gebäude rein ich sag ich nehme den anderen typen und miri ist immer die erste ist immer da hieß wirst du nicht aber die ist dann sofort da als ob sie dafür irgendwie lu ich reden sie reden immer eine sache wissen sie haben einfach immer dieselben gedanken wie ich in dem moment wo ich schon vor hatte den da von der straße runterzunehmen sagen sie das und dann war schon zu spät für sie ich will bevor ihr müsst das auto kaputt machen nicht mit miri ich habe nichts gemacht die miri ist die chefin hier was miri macht immer alles warum haust du denn ab dicker was denn los mit dir aber natürlich kann ich aber besser werde wenn er will alle dicke hier ist freiwillig gestorben wenn sie mal bitte mit vorrücken weil wenn sie angst haben können sie unterstehen bleiben denn da noch wer sieht mich denn da ein schöner gezielter kopfschuss keine deckung wenn ich mit ihr fertig bin allzeit kommen hier sind infos eine aufgabe links ich brauche informationen können sie helfen das weiß ich zu schätzen keine aufgabe jetzt dazu machen warum lachen sie da ist auch noch eine kiste straight away da wollen wir ja nicht ok ich verlege gerade ob wir nicht einmal aufs dach gehen sollten da sind die Typen ne und schon kraucht sie mir in den Arsch manchmal ist sie richtig zu hey 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 äh Kinder und wie schnell sie ist jetzt hallo ist hier noch jemand da hinten da hinten ist noch einer hat sie jetzt nicht entgehen lassen hat nein hast ihn getötet wollte es das aber nicht machen oh da kommt eine transportzone sind überall transport während sie sich um transport drohen kümmern kümmere ich mich um das wichtige kann sich auch im kopf stellen sie haben zwar beide stufe 137 aber das heißt ja nicht heute ja gar nichts habe ich nicht recht so da unten sind noch zwei kisten genau und da werden wir jetzt auch so langsam aber sicher hingleiten wie gleiten sie denn dahin leite hier runter erst mal dahinten hier drin halt die fresse macht deine arbeit eine kiste habe ich hier oben ok ich komm und die andere siehst du schon da hinten das jetzt noch mal dass ich gut aufgepasst habe was sagt das hier ist nein groß hat das verdient nein wir haben aufgefasst sagen du schwebst dann wieder zu hoch hier eine kiste kinder ok da hinten ist auch noch eine kiste und noch eine normale zeigen sie uns mal herr finsch wie das geht den kannst du aber gar nicht mehr stoppen ne hier hier an der kiste wurde meine güte der ist am rennen ist unglaublich die treppe hoch hier so und dann darin hier und du zurück da rin hier rin hier und dann da in der ecke der kiste ist ja das ist noch eine normale irgendwo normale ja fertigkeits point ich habe da auch noch lila umelbums ja lila umelbums sagt die mir immer für ihre community ach jetzt hast du wieder was meine güte aber guck mal wie geil das aussieht ja azzareldrohne 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 eine atzendrohne was hast du gesagt ja eine atzendrohne eine atzendrohne eine atzendrohne wo ist denn jetzt die andere kiste dann muss ich wieder zurück seid ja schon dran wie ich das gerade so sehe aber bin ich schnell doch fast alle kisten eingesammelt ganze stolz der familie ja genau ich wusste schon immer dass du ein guter looter wirst also die kiste finde ich da oben nicht in dem gebäude wo ist denn die andere lass mich da mal machen dann wo ist denn die andere leute hier ich bin noch vorbeigelaufen wo ist die denn hier ich seh die nicht heute helft der miri die ist die hat nur einen ganz kleinen kanal nur die findet nicht immer alles nein die ist manchmal blind nur manchmal die ist eigentlich immer blind hier muss irgendwo die kiste sein hier muss die kiste sein ich hab kein spiele sound mehr was ist das denn was ist da los hi was kann was sein ich hab kein spiele sound mehr was ist da los weiß ich nicht abgeschmuckt abgeschmörgelt höre nix mehr was ist die scheiß kiste die oberhalb geht doch gar nicht mehr oberhalb ach doch geht doch muss man schon auf dem dach sein oder sowas da drüben feindsichtung hier kommt sie oh ja hier konntest du ruhig abschießen ist nicht schlimm vorgelaufen macht die ja immer kiste wo ist sie auf dem dach echt kommen wir denn da rauf treppe auch hier und dann sehr hoch jeder hoch jeder jeder hoch und alle kisten eingesammelt wie ne mache ich die innen was guck mal richtig hin ich sehe nichts mehr ich habe auch keine mehr da sind noch zwei stück ich habe alle eingesammelt warte wieder schneller wie man sieht man nicht komm mal raus hier auf dem dach ich ich nicht ich muss kisten einsammeln wir müssen ja erst mal pause machen erst mal eben die kisten auch wenn er nichts dagegen hat weil die habt ihr auch dann sind wir auf einem standen dann können wir beim nächsten mal schön zusammen ich habe was dagegen ach komm ich bin auch schnell fast so schnell wie sie also die beiden kisten habt ihr schon hier also mir wird keine mehr angezeigt dir Finji ne keine kiste mehr deswegen machen wir Pause jetzt ja warte doch lass mich doch die letzte kiste hier in Himmler mitnehmen wusste ja nicht dass ihr die schon habt dass ihr hier wieder so am looten seid langweilig ach langweilig zeigst du den Leuten mal so ein bisschen was für eine Umgebung schicken sie was ficken sie jetzt hast du ein Auge hört jetzt schicken sie doch mal ihre Drohne nach oben machen die Fragezeichen frei zum beispiel so geht es jetzt hier nochmal hoch ist ja natürlich aber ich nehme jetzt mal das Sturmgewehr das muss einmal das Spiel wahrscheinlich neu starten oder was kannst du gleich machen ne Pause ja aber die die muss ja erstmal die Trümmerlotte muss ja erstmal hier hinkommen also ja mal im Ganschen mitgehen das dauert ja bei ihr immer ein bisschen halt nicht mehr die Jüngste der labert einen Scheiß mach mal die Augen auf hab ich doch und jetzt jetzt habe ich Augen auf und was bringt mir das jetzt dann siehst du dass ich vor dir stehe du nasi ich kann nicht ich kann das nicht sehen weißt du warum ja ganz schmied ich hab mir sowas schon gedenkt ganz schmied oh jetzt ist mein Spiel abgekackt jo ein Absturz ja gut Horst ja der Horst der Horst ist weg dann machen wir mal hier Schluss und sagen bis zum nächsten Mal also bis naja gleich oder so bis gleich ciao